Na so zusammen, hier ist wieder Heutzutage und heute wieder für euch in Battle for Esser.de und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Kisten-Opening präsentieren. Heute geht es nämlich um 20 Angelsäcke, die wir aufmachen wollen. Und ja, wir haben da in letzter Zeit schon viele aufgemacht und ich habe mich dazu entschlossen, jetzt doch noch ein paar Timewalker-Marken zu wasten, dass ich nicht mehr so viele Angel-Dannys machen muss. Und ja, ich hoffe, wir kriegen jetzt mal die letzte Angel, die mir noch fehlt, raus. Denn es waren insgesamt zwei, mittlerweile habe ich eine von diesen beiden Angeln und 200 Kisten habe ich aufgemacht, beziehungsweise Säcke. Und jetzt machen wir halt noch 20 auf und hoffen, dass sie drin ist. Und damit starten wir gleich mal. Nummer 1 war nix, Nummer 2 auch nicht, Nummer 3 auch nicht, Nummer 4 und 5 auch nicht. Komm, gib mir die Angel. Nein, das geht hier schon wieder so rum, wie ich das nicht will. Also ich habe genau 20, ich habe sie abgezählt. Oh nein, das waren 3000 Timewalker-Münzen, die wir rausgeschmissen haben. Wahrscheinlich werde ich mich in Shadowlands dann ärgern, dass ich mir das Mount nicht kaufen kann, weil ich jetzt hier zu faul war, Angel-Dailies zu machen und alle meine Timewalker-Münzen in Säcke investiert habe. Ach komm, die letzte Kiste bitte, nein, 220 Säcke haben wir jetzt schon aufgemacht. Uff, ganz großes Uff an der Stelle und es war wieder mal nichts. Schade. Ja gut, dann machen wir da mal weiter. Das Ding hat, wie gesagt, eine Drop-Chance zwischen 0,5 bis 0,3, irgendwie sowas. Das heißt, es war absehbar, dass wir einige brauchen werden, aber mit über 200 sind wir, denke ich mal, schon auf einer, ja, guten, guten Ziellinie angelangt. Ich hoffe, dass wir unter 300 rauskommen insgesamt. Mal gucken. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen fürs nächste Mal und ja, dann beenden wir das kleine Opening an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.